Grundfallaufgabe CE-Sattelzug seitlich versetzt. Der Auflieger soll nach rechts verlenken, nach links. Wenn der Auflieger ca. 1,5 Meter nach rechts rausgekommen ist, lenken wir wieder rechts, bis die gelenkten Räder gerade sind. Fährt der Auflieger in die gewünschte Position, lenken wir jetzt wieder nach rechts, um den Auflieger gerade zu stellen. Kurz bevor der Auflieger gerade steht, lenken wir nach links, um die Zugmaschine gerade vor den Auflieger zu bringen. Der Auflieger soll nach rechts verlenken, nach links. Wenn der Auflieger ca. 1,5 Meter nach rechts rausgekommen ist, lenken wir wieder rechts. Jetzt lenken wir wieder rechts, bis die gelenkten Räder gerade sind. Fährt der Auflieger in die gewünschte Position, lenken wir jetzt wieder nach rechts, um den Auflieger gerade zu stellen. Kurz bevor der Auflieger gerade steht, lenken wir nach links, um die Zugmaschine gerade vor den Auflieger zu bringen. Konto. 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 Flöde, Flöde, Flöde. Einen jetzt gerade. Sollte der Aufleger schief stehen, so können wir das korrigieren. Lenkt man nach links, geht der Aufleger nach rechts. Lenkt man nach rechts, so geht der Aufleger nach links. Sollte der Aufleger nach rechts. Aynen, sovürdig. Aynen. Çok güzel. Dışarıya bak. Kafanı da çıkaralım şuradan. Aynen. 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 Çok güzel. Dışarıya bak. Kafanı da çıkaralım şuradan. Aynen. 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 Aynen.